Hier irgendwo. Ah, da ist er. Okay. Wir haben den Schwarzmarkt, wir haben Bomben. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt brauchen wir nur noch Leben. Sehen wir irgendwo den Hund? Hä? Hä? Der müsste irgendwo noch ein Dings sein, ein Shop. Da kann ich eine Bombe. Da brauche ich nur eine Bombe für. Das wäre, wenn ich die hier platziere. Yes. Was hat der Shop? Bomben. Ich brauche Bomben. Habe ich ja wenig Zeit. Ich probiere es. Komm. Unser Wahn ist eh schon total beschissen. Dann können wir auch YOLO machen. Komm. Einfach so lange, bis die keine Musik mehr kommt. Dann gehen wir da schnell hin. Ja, komm. Stirb. Okay, jetzt. Oh, der kommt falsch. Komm. 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 Hier hoch. Dann hier. Boah. Was für eine Aktion. Huh. Perfekto. Komm schon, werde von der Pflanze fressen. Okay, das Problem ist, ich muss jetzt eigentlich aus der Ecke hier mal weg. So. So. Ja, perfekt. Genau so wollte ich es haben. Ha. Kommt da noch wer? So. Oh, nicht legen. Nee. Freund, du kommst nicht weiter. Also 42 Bomben, wenn das nicht geil ist. So. Ups. Das war nicht gewollt. Das war schon eher gewollt. So, die killen sich hoffentlich da unten. Wenn ich hier mal lang gehe. Okay. Okay. Was haben die unten? Nix, was ich brauche. Nix, was ich brauche. So. Ah. Ich glaube, die sind tot, ne? Ja. Die sehen Dodos. So. Ank. Und dann ist hier der Ausgang. Und dann können wir auch direkt schon weitergehen. So. Oh, Schwarzmarkt erfolgreich absolviert. Perfekt. Habe ich irgendwas nicht eigentlich von den Items her. Ja, ein Jetpack hätte ich gerne. Ein Jetpack hatte ich eben eigentlich die Chance. Aber... Das Spiel war ja gemein. Alter, ich kriege deswegen Schaden. Alter, wie scheiße ist das denn bitte? Wir haben keine Möglichkeit, irgendwie ein Leben zu bekommen. Okay, dann muss ich jetzt auf Jolo mal gehen. So. Das war extrem Jolo, weil der Bungerang-Typ hätte mich eigentlich abschießen können. Zählt das? Okay, perfekt. Ah, der wird sterben. Früher oder später. Ich hole schon mal den Hund. So. Ist er schon tot? Nö. Hä? Er hat sich selber abgeschossen. Komm schon, stirb. Ich habe nicht ewig Zeit. Oh, da war die Shotgun. Das war schlecht. Wenn ich jetzt eigentlich so mache, dann müsste er... Komm. Perfekt. Perfekt. So. Nö. Hier machen wir nichts mehr. So, jetzt brauchen wir nur ein paar Eisebenen überleben. Dann kriegen wir eh schon wieder mehr Leben. Weil wir dann bewusst sterben müssen. Ich mache dann vermutlich einen extremen Höllen-Run. Ja, ich gehe dann in die Hölle. Das kann man in dem Spiel. Ah. So, gucken wir mal. Hier. Den kill ich. Perfekt. Ah, wie gehe ich schon. Oh. Ich wollte da nicht runterspringen. Hä? Okay. Ach komm, stirb einfach. So. Dann gehen wir mal nach oben. Äh, den Hund hätte ich gerne... Wo war der denn jetzt? Da war der. So. Ich möchte mal schön von Gefahren weggehen. Hm. Dann hier lang wieder. Wieder so eine krasse Jolo-Aktion machen. Und da ist dann der Ausgang. Ja. Perfekt. Perfekt. Und wir haben sogar noch die Shotgun dazu. Perfekt. Und weiter geht's. So. So, auf der Ebene müssen wir sterben. Das ist schon mal gesagt. So. Dann gucke ich aber, dass ich noch den Hund kriege. So. Boah. Nein, Skelett. Danke, Fallschirm. Hast mir sehr geholfen. Äh. Ja. Stirb doch endlich. Danke. Wollen Diamanten? Boah, das ist eine Diamantspielsacke. Ja. Neuer Charakter. Cool. Und weg ist er. So, wo ist denn der Hund? Ist der da unten irgendwo? Ah, da ist er. Gut, weil dann können wir nämlich stehen. Ähm. Wie kommen wir jetzt da wieder rüber zum Ausgang? Ich habe keine Ahnung. Hm. Alter, das ist teilweise echt schwer. Die Steuerung. Wow. Okay, und wow. Perfekt. Also, wir kriegen vier Leben plus jetzt nochmal eins wegen dem Hund. Und ja. Dann machen wir halt einen extremen Höllenrun. Wenn es denn sein muss. Ja. Wir machen es. Jetzt dürfen wir nur nicht sterben. Das ist ganz einfach. Nein, du tötest den Hund nicht. Komm da raus. Komm da raus. Er hat den Hund echt nicht getötet. Dann nehme ich ihn mit. Können die sich... Bitte. Nein, Hund. Nein, Hund. Nein, Hund. Hä? Was machen die? Okay, sie sind anscheinend tot. Haben die irgendwo eine Shotgun liegen lassen? Ne. Schade. Shotgun hätte ich gut gebrauchen können. Hm. Gut. Dann kommt jetzt schon die Tempelebene oder... Ne, noch eine Eisebene. So, das scheint aus einer anderen Welt zu kommen. Wir könnten jetzt ins Mutterschiff gehen, theoretisch gesehen. Möchte ich aber ehrlich gesagt nicht, weil ich nicht das beste Equipment dafür habe. Erstmal will ich die beseitigen hier. Ich will mich mit diesem Schiff dann nicht anlegen. Aber ich muss irgendwie, weil... Stirb, stirb, stirb. So. So. Und. Bam. Bam. Komm. So. Und... Oh, für den Fallschirm. Okay, dann... Da ist der Fallschirm auch schon verschwindet worden. Von mir. Den Hund hole ich mir. Vorher kille ich den aber noch. Ich will mir ganz sicher sein, dass ich ihn sterben werde. Ich will erst mal das hier weg haben. Weil eventuell schaffen wir es. Den. ist glaube ich vorher runtergefallen. Vor ich... Ja. Nein! Okay. Tschüss. Tschüss. Tschüss.